Willkommen zurück zu Highland Quest. Es sind mittlerweile für uns ein paar Tage vergangen, seitdem wir zum letzten Mal gespielt haben. Deswegen, ja, im letzten Part, nehme ich an, haben wir versucht Nebenquests zu machen. Genau, genau. Wir haben das auch bei manchen erfolgreich hinbekommen, bei anderen nicht. Und wir haben uns jetzt auch dazu entschieden, dass wir diesen Nebenquest, wo wir mit jedem sprechen müssen, abbrechen müssen. Der Quest ist einfach schlecht designt, es tut mir leid. Der macht mich ehrlich gesagt ein bisschen blütend, denn ihr habt uns live dabei zugesehen. Wir wirklich abermals und abermals mit jedem NPC gesprochen haben und wir bekommen diesen Quest hier einfach nicht gelöst. Also entweder wir übersehen immer irgendwas Zentrales oder irgendein NPC, der so versteckt ist, dass wir keine Ahnung haben, wo er ist. Oder da ist ein Bug drin oder was auch immer. Aber mir ist es egal, denn wir werden dafür wahrscheinlich sowieso keine sinnvolle Belohnung bekommen, außer 300 Erfahrungspunkte und 300 Goldmützen. Ist eh am Ende egal, oder? Ja, das stimmt, denn Quests sind nicht so richtig gut belohnt in dem Spiel. Deswegen haben wir uns natürlich aus der Stadt rausgegangen. Was ich eigentlich vorhatte, war, wie gesagt, es sind ein paar Tage vergangen. Und du hast ein bisschen gelevelt, ne? Ich hab nochmal einen Level ab für jeden geholt, zwischendurch. Das hat auch ganz schön lange gedauert. Eine Stunde, ne? Eine Stunde ungefähr für einen Level, beziehungsweise 1000 Erfahrungspunkte oder 1200 pro Charakter. Ich hab ein bisschen Gold bekommen, 3000 insgesamt. Das ist halt noch nicht genug, dass wir uns einen Erdbeben kaufen können. Ich hab jetzt allerdings auch keine Lust weiter zu leveln. Ich denke mal, ich schau einfach mal nach, was wir noch großartig machen können. Genau, das Monster am See wollte man, glaub ich, als nächstes machen, oder? Ne, das ist ja der... Achso, nein, nein, alles klar. Weißt du, du bist so ein Scherzkeks, dafür würde ich dich am bisschen schlagen. Ist das nicht der Quest, den wir jetzt nächstes machen sollen? Los, komm nochmal zurück in die Stadt, dann sprich mit jedem. Ja, sollte man für diesen Part machen, um die nächsten zwei Parts zu sprechen mit jedem. Ich hab auf jeden Fall... Den hab ich nochmal auf Screen probiert, die Hexe zu besiegen, nachdem ich noch ein Level abbekommen hab. Ist halt immer noch nicht funktioniert. Die Hexe kann einfach einen Zauber, der uns halt irgendwie mit einem Schlag tötet. Einen Charakter halt direkt tötet. Oder sie macht halt einen Aoi, der jedem irgendwie eine Menge abzieht. Aber es muss ja irgendwo noch eine Hauptquest geben. Die Höhle des Wolf ist das Gegenteil nach dem Hauptquest. So, wir sollten Duncan Corby aufsuchen, den Räuberhauptmann. Super. Wo war der noch gleich? Ja. Wir haben Informationen bekommen auf jeden Fall für das... Ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Ich auch. Wollen wir nochmal das Anwesen reingehen? Ich... Nein. Okay. Wir können nochmal mit diesem Priester sprechen, der... Ja, ich glaube, ich weiß, was wir machen müssen. Und zwar, wir müssen zum See. Und zwar, wir wissen noch, dass auf dieser Insel da, mitten im See, dass da das Räuberversteck ist. Ja, warte, ich denke, du hast recht. Und da müssen wir jetzt irgendwie hinkommen. Da werden wir auch schon hinkommen. Es wird zwar ein bisschen dauern, weil wir wissen ja, dass unsere Heldengruppe recht langsam ist. Das Schlimme ist auch, dass dadurch irgendwie die Finger so wehtun, weil du drückst immer so tief in die Tasten rein und denkst... Ja, das stimmt. Lauf doch mal ein bisschen schneller. Und da haben wir auch schon einen Kampf. Aber sei vor... Eine Gruppe Blätter und die haben uns überrumpelt. Ich gehe zum Beispiel nicht davon aus, und wir haben erst, erst Februar, und ich habe meine Tastatur eigentlich erst seit November, dass meine Tastatur nicht dieses Jahr überleben wird. Ich spiele zu viele Maker-Spiele. Zu viele 2K3-Maker-Spiele. Du spielst vor allem aktuell zu viele Maker-Spiele. Maker-Spiele, in denen ich viel Enter drücken muss. Sehr viel. Mal gucken, wie viel Enter wir hier drücken dürfen. Wahrscheinlich ein bisschen weniger. Also ich muss ehrlich sagen, wenn ich so eine 100-Euro-Tastatur hätte, ja, würde ich damit niemals Maker-Spiele spielen. Für Maker-Spiele nimmst du ja irgendwie mal 10-Euro-Tastatur. Ja, genau. Genau. Also, ich weiß nicht. Also, ich finde, Tastaturen leiden da schon echt drunter, ne? Ich erinnere dich nur an unser Haunted Horror, das Anwesen, Let's Play. Endless Mation! Ich sage nur ja, Mark Vampire aus Dawn. Der war auch ziemlich bitter. War der sehr der Helden? Genau, das ist ja dort, wo man auch Alkohol trinken konnte. Und ich glaube, das werden wir jetzt mal tun. Haben wir viermal Alkohol da? Nein, haben wir nicht. Ich denke außerdem auch nicht, dass es etwas ändert. Also. Ich freue mich, wie man auf diese Insel draufkommt, sozusagen. Das ist ja ein bisschen so mein Problem. Wir machen einfach erstmal diese Quest. Wir können ja dann später noch nachschauen, ob das so dem Alkohol funktioniert. Naja, ich glaube, es hängt mit der Quest zusammen. Das kann natürlich auch gut sein, aber wer weiß. Also, das Problem ist, ich weiß nicht ganz genau, wie wir zu dieser Insel hinkommen sollen. Ich sehe da nun so einen Weg oder irgendwas, weißt du? Und. Naja, manchmal sieht man mit Alkohol etwas klarer. Das war das gerade nicht weise von mir. Ja, ja, das war überhaupt nicht weise. Das war total, totaler Käse. So, das ist doch genau diese Insel dort in der Mitte. Zu der wollen wir ja praktisch gesehen hin. Ja, mal gucken, ob das irgendwie geht. So, und die Sache ist ja, wir wissen. Ah ja. Zu der Insel dort in der Mitte. Und wir wissen ja, dass... Und wir siehst du dort neu? Nein. Okay. Gut, dass du das gemerkt hast. Wir haben mit dem schon gesprochen. So, dann werde ich jetzt auch nochmal versuchen. Doch, wir haben viermal Bier. Wir haben viermal Bier. Du hast ja gespeichert. Ich habe gerade gespeichert, ja. Genau, Bier, viermal. Jetzt trinkt jeder Bier. So, dann probieren wir das mal. Ich bin nicht betrunken. Von hier aus hat man einen wunderschönen Blick auf den Himmelsspiegelsee. Und die Insel, die in ihm liegt. Wenn ich betrunken wäre, würde ich jetzt vermutlich auch das Monster auftauchen sehen. Ja, wir sind von einem Bier auf jeden Fall nicht betrunken. Von einem Whisky schon, aber nicht von dem Bier. Wahrscheinlich reicht es, wenn er eher betrunken ist, denke ich mal. Aber das werden wir gleich sehen. Oh, dieses Geräusch. Da ist doch was. Jetzt müssen wir uns doch mal mit dem Himmelsspiegel. Ich habe es gesehen. Okay, das hatten wir alles schon mal. Mir ist euch. Ja, ja, genau. Okay, gut. Dann, ich muss dem Reporter. Also werde ich... Oh Gott. So geht das also. Och, leck mich doch am Arsch. Darauf muss man erst mal kommen. Ja, okay. So werde ich also zum letzten Augenzeugen für dieses Phänomen. Oh Mann. Ich sollte zu dem Reporter zurückkehren. Ich werde aber trotzdem tatsächlich mal unseren Spielstand dann... Ja, aber ich hätte ganz gerne trotzdem viermal Whisky. Ja, ja. Es wäre doch ganz interessant, was passiert. Wir haben auf jeden Fall genug Geld, dass wir es kaufen können. Pass auf. Ich habe leider erst mal meinen Spielstand. Das ist aber wieder super unintuitiv, dass man so... Dass es außerhalb der Stadt ist, vor allem. Ja. Wir haben noch keinen viermal Whisky. Ja, ich benutze jetzt erst mal einen. Wenn ich glaube, ich werde dann einfach nochmal vier Flaschen. Ich glaube, die Sterne schon verschwinden dann. Glaube ich nicht. Weißt du, sie ist noch da. Im letzten Mal waren sie mich nicht mehr da. Deswegen war ich ja auch irritiert. Nein, ich glaube, das war einfach nur ein Übertragungsfehler oder sowas. Das ist durchaus möglich. Das ist wesentlich wahrscheinlicher, als dass sie einfach nicht mehr da waren. Weil ich habe sie auf jeden Fall noch gesehen. Naja, da warst du auf dem linken Feld drauf. Okay, gut. Wir sehen es ja dann, wenn man es ausstrahlt. Ich werde nochmal darauf achten. Ja, mach das auf jeden Fall. Ich denke, dass das wirklich nur ein Übertragungsfehler war. Na gut, okay. Das ist natürlich ziemlich witzig, dass wir erst mal über diese Quest rumranten. Und dann lösen wir sie sogar noch irgendwie zu. Das macht sie aber immer noch nicht besser designt, muss ich sagen. Ne, leider nicht. Weil ich meine, wie gesagt, die Quest sagt ja eigentlich direkt, mit den Leuten in der Stadt sprechen. Und ab irgendeinem gewissen Zeitpunkt gibt, da gibt dann ja auch jeder in der Stadt Informationen. Aber trotzdem ist es nie ausreichend. Genau. Wir gehen mal zurück zum Reporter. Vielleicht bringt es uns jetzt etwas. Können wir uns unsere 300 EP abholen. Oh Mann ey. Ja, Planänderungen haben wir den Part. Ja, mehr oder weniger Planänderungen. So können wir vielleicht irgendwie wenigstens rauskriegen, was wir überhaupt machen müssen. Also, um in der Main Quest weiterzukommen. Genau, also ich meine, wir wissen erst mal, ob diese Insel müssen. Ja, das müssen wir ja. Habt ihr schon Informationen über das Monster sammeln können? Ja, wir haben eure sieben Augenzeugenberichte. Fantastisch. Mein Chef wird begeistert sein. Bitte erzählt mir alles genau. Ich mache mir Notizen. Ja, und alle waren ziemlich betrunken oder hatten irgendwelche anderen komischen Erlebnisse davor gehabt. Ja. Ich danke euch von Herzen. Daraus lässt sich ein anständiger Artikel zaubern. Die Leser werden die Zeitung verschlingen. Ohne eure Hilfe wäre das nicht möglich gewesen. Ihr habt euch eine Belohnung verdient. Und ihr habt das Monster sogar selbst gesehen? Das haut mich aus den Socken. Ich werde euch einen Bonus zahlen. Da bin ich ja jetzt mal gespannt, was wir jetzt dafür bekommen. 350 Erfahrungspunkte sind schon mal 50 Erfahrungspunkte mehr, als ich gekündet habe. 700 Gold. Es war so ungefähr die Belohnung, die wir uns gedacht haben. Nur ein kleines bisschen besser. Es hat so viel Spaß gemacht sich. Nein. Nein. Gut, dass wir dies hinter uns gebracht haben. Ja. Danke, Melinko. Könnten wir uns nun wieder wichtig an Dinge zu wenden? Ja. Und ich werde aufbrechen, um einen Bericht zu schreiben. Schön, dass es in dieser Gegend auch Menschen gibt, die bereit sind zu helfen. Sogar in einem Tiefländer. Ja. Ich habe gern geholfen. Ja. Und ich werde das nicht vergessen. Lebt wohl. Das ist wahrscheinlich wieder irgendeine Antwort, die unser Karma oder sowas beeinflusst. Irgendein versteckter Wert, den wir nicht kennen. Okay. Haben wir schon mal diese Quest. noch unplanmäßig erledigt, obwohl wir sie eigentlich abbrechen wollten. Genau. Dann, ja, bei der Quest habe ich keine Ahnung, wo wir diese komische Glocke finden. Und ins liebliche Teil können wir jetzt normalerweise nicht mehr rein. Das heißt, die Quest ist wohl erst mal gescheitert. Die Hexe können wir nicht besiegen. Das heißt, wir müssen irgendwie mit der Main Quest weitermachen. Genau. Wir müssen auf diese Insel kommen irgendwie. Pass auf. Ich werde jetzt einfach... Wo gab es Alkohol zu kaufen? Gab es das nicht in dem Laden hier? Ähm, das ist durchaus möglich. Ich bin mir nicht ganz sicher. Aber ja, Papp ist durchaus möglich. Also von daher gehe ich einfach mal davon aus. Ich habe ja gerade gespeichert. Dann wollen wir etwas zu trinken. Und zwar... Interessanterweise werden hier auch Waffen verkauft. Weil... In einer Bar. Und in einem Inn. Und gibt es kein Whisky? Ich... Ich habe gerade ein paar Waffen. Warum? Ich verstehe es nicht. Das ist irgendwie ein falscher Shop hier, oder? Das ist irgendwie ein Bug, ich glaube auch. Es gab aber irgendwo Whisky hier. Da bin ich mir ganz sicher. Ich verstehe das nicht. Warum zum Teufel gibt es hier... Weil das ein falscher Shop ist. Ja. Ich habe wohl der falsche Shop ausgewählt. Vielleicht gäbe es hier bei dem Typen was? Nee, der hat nur Souveränien. Nee, der hat nur Souveränien. Der hat nur Souveränien verkauft. Ja. Ähm... Geh mal rein in die... In die anderen Shops. Ich glaube, irgendeiner der Shops... Hier die Brücke drüber. Okay, hier die Brücke drüber. Gut, dann mache ich das mal... Die Brücke drüber? Du gehst gerade runter. Ach so. Die Brücke rüber. Du gehst an die Treppe runter. Wow. Manchmal würde ich dich gerne schlagen, weißt du? Äh, ich würde dich doch viel öfter gerne schlagen, aber... Ich sage es mir irgendwie gerade so. Egal. So, und hier haben wir ja einen Laden. Hier haben wir einen Laden, aber da können wir uns eigentlich nur Fähigkeiten und Zauber kaufen. Und, oh Gott, von NPCs blockiert werden. Ja, aber auch. Und da haben wir aber oben rechts auch noch mal einen Laden. Wir gucken jetzt mal kurz die Laden durch. Aber Läden durch. Ja, hier können wir uns nur Zauber kaufen, für die wir erstmal kein Geld haben. Vor allem nicht, wenn wir uns vier Whisky kaufen müssen. Und auch hier können wir uns nur Sachen kaufen, für die wir unser Zaubererspartes ausgeben müssten. Ich weiß, dass wir auf jeden Fall hier in der Stadt gab es irgendwo einen NPC. Oder irgendwas, der auf jeden Fall, wo man Alkohol kaufen könnte. Ganz, ganz sicher. Ja, wenn nicht, müssen wir wieder zurück in unseren Heimatort gehen, ne? Ich hoffe nicht. Vielleicht können wir in der Kirche Alkohol kaufen. Der soll mal weggehen, sprich noch mal mit ihm. Vielleicht sagt er uns noch mal was. Okay, bei dem können wir nur Gebete kaufen. Ja, das wollen wir nicht. Was, mit dem willst du reden, oder was? Nee, nee, den oben noch mal. Okay, warte, jetzt habe ich mich hier natürlich wieder verklickt. Der sagt uns nichts Neues. Auch Heilung, okay, verdammt, bringen wir uns alles nichts. Hm. Bin auch gerade ein bisschen irritiert. Wir haben ja leider kein Journal. Übrigens, das ist aber schön, dass wir jetzt so ein Beispiel mal haben, wo wir wirklich mal ein paar Tage am Stück nicht gespielt haben. Denn bisher hat man immer, ja doch nahezu täglich, immer unsere zwei Parts so aufgenommen. Und dadurch wussten wir immer, was vorher passiert ist, ne? Ja, ein Laden gibt's noch. Ja. Ja, oben rechts in der Ecke. Aber ist noch nicht gewesen. Du musst jetzt nach links gehen. Nach oben. Und dann nach rechts oben in der Ecke. Ja, ich weiß schon. Genau. Die haben noch auf jeden Fall Whisky. Da ist jetzt der gelbe Hund. Dann haben sie hier wahrscheinlich einfach die Läden vertauscht. Du, das ist möglich. Wir haben uns ja mal gewundert, warum es hier keine Waffen gibt. Doch, hier gibt's auch Waffen. Was sieht man? Ah. Vielleicht haben wir irgendwas falsch gemacht. Das sind die gleichen Läden jetzt auf einmal. Ja. Ich bin der Meinung, dass wir vorher noch nicht so gewesen sind. Ich bin eigentlich auch der Meinung, dass wir in einem der Läden hier irgendwie Whisky bekommen konnten, aber... Ganz, ganz sicher. Ansonsten fällt mir wirklich noch der Heimatort gerade an, wo man Whisky kauft. Ich würde vorschlagen, wir machen einfach mal einen kleinen Cut. Ja. So, da sind wir wieder. Wir haben etwas herausgefunden. Nein, wir brauchen dafür keinen weiteren Alkohol. Wir dürfen uns nur nicht von diesem Hund hier oder Wolf blockieren lassen. Sieht schon aus wie ein Wolf, ja. Es gibt hier ein Boot. Man mag es kaum glauben und man mag es kaum sehen. Denn es ist nicht da. Wir sprechen mal mit dem Typen. Genau, wir sprechen hier mal mit jemandem. Denn der hat nämlich ein Boot bauen. Der, genau. Ich hab dich doch gefragt. Gibt's hier neue NPCs? Nein. Nein, der war schon immer da. Nur damals wollte er es erst nur bauen. Ah, okay, gut. Es führt euch hierher. Leider fehlt mir die Zeit zum Plaudern. Ich muss mein Schiffchen flott machen. Kannst kaum erwarten, wieder aufs Wasser rauszukommen und meine Ruhe zu haben. Vor dem Starrsinn und der Besserwisserei meiner Frau. Sag mal, könnten wir vielleicht euer Bope nutzen? Ja, und wieso? Wozu solltet ihr mein Schiffchen haben wollen, hä? Wir suchen nach dem Monster im See oder wir suchen nach Duncan Kirby? Wir suchen das Monster im See. Wir suchen das Monster im See. Ja, ich wusste es. Schon wieder solche Idioten. Ich sag euch mal was. Ich fische schon seit 30 Jahren in diesem See. Und habe nie auch nur die Schwanzspitze des Monsters gesehen. Aber wie auch immer, das ist eure Sache. Und mein Schiffchen fährt im Moment nirgendwo hin, wie ihr sehen könnt. Ich könnte euch höchstens mein kleines Ersatzschiffchen anbieten. Aber das verleihe ich nicht. Ihr müsst es schon kaufen. Wie viel wollt ihr dafür haben? Ach, nicht viel. 500 Goldstücke. Das ist fair, dann kaufen wir das. Herrlich, besten Dank. Wartet einen Moment. Ich hole das Schiffchen für euch raus. Habe ich erwähnt, dass es klein ist? Es ist so klein, dass man es kaum sehen kann. So, bitte, da ist es. Viel Spaß damit. Wie kommen wir jetzt da rein? Müssen wir jetzt runterspringen, oder wie? Steve, gehst du nicht dieses komische Auto, aus dem extrem viele Clowns rauskommen? Dieses kleine Auto, aus dem... Ja, das ist genau so. Warn, jetzt springen wir da rein, oder wie? Ja. Ja. Oh mein Gott. Das ist das RTP-Floss. Das VX, oder? Weiß ich nicht. Aber eigentlich müsste jetzt die Surfermusik aus Pokémon kommen. Und das tut sie nicht. Das finde ich äußerst schade. Ja, aber in den neuen Generationen kann man immer noch auf Labras richtig draufsetzen. Naja, da kann man also nicht... Wir können dann nicht durch, weil... Das Schiff ist zu groß, um dort durchzusegeln. Oh, wir sind auf dem offenen Ozean. Hallo Ozean. Oh, da endet der Ozean schon wieder. Vielleicht ist es doch nur ein kleines Gewässer. Das ist wirklich klein, um das mal so anzumerken, ja? Ach, wir sind auf der World Map. Was zum Teufel? Ja, also für... Halte mal hier am Strand. Und wie mache ich das? Weiß ich nicht. Du bist hier der Boots, mein. Ich habe keine Ahnung, wie das gehen soll. Also mit Enter drücken auf jeden Fall nicht. Okay. Wir schippern hier einfach mal ein bisschen rum und suchen. Ich glaube aber, dass wir hier wahrscheinlich falsch sind. Wieso? Wie kommst du darauf? Naja, es hieß, dass die Insel... Da auch... Da kommen wir nicht rein. Cool. Ich glaube, dass die Insel ja dort so im Zentrum ist, ne? Und jetzt sind wir ja quasi davon ziemlich weit weg. Ach so, gut. Dann fahren wir nochmal in Richtung Zentrum. Ich wusste ja nicht, dass man von hier aus auf die World Map fahren kann. Ja. Segen wir ja genau. Ich denke mir, das ist eher richtig. Oh, da ist ein Fisch. Ja, der Fisch ist irgendwie größer als unser Boot. Ja, die Pflanzen sind so groß, ne? Das sind riesen Pflanzen. Das sind riesen Seerosen. Richtig große. Wie man das kennt aus den... Okay. Hm. Interessant. Vielleicht müssen wir doch aufs Weite Meer raus. Ich hätte jetzt aber nicht gedacht, dass wir aufs Weite Meer raus müssen. Dann schippen wir auch mal raus aufs Weite Meer. Sieht's mich verarschen? Da kommen wir gerade her. Na gut, dann geht's eben nochmal zurück aufs Meer. Okay, jetzt lass mal logisch rangehen. Ähm. Wir müssen irgendwo eine Anlegestelle oder sowas finden. Das ist es ja. Naja, ich müsste so eine Sandbank ja funktionieren. Das hätte ich ja eigentlich auch gedacht. Dass wir uns einfach dort am Strand abseilen, aber... Vielleicht da oben an dem Strand? Den hier? Okay. Ich hab keine Ahnung, wie es gehen soll, wenn es gehen könnte. Oben sind Berge, also da ist... Was? Ernsthaft? Was zum Teufel? Okay, es sind doch keine Berge, es sind Bäume, aber dennoch. Alles klar. Das hab ich jetzt nicht so wirklich verstanden. Ich find das sehr unintuitiv, aber gut. Das war's auf jeden Fall auch. So. Ich denk mal, hier sind wir dann... Das ist doch nicht aber das Lager von Duncan Kirby. Ich denk mal, das werden wir uns dann im nächsten Bad anschauen, oder? Die verfallenen Mauern einer früheren Ansiedlung kauern am Ufer, als wollten sie sich gegenseitig wärmen. Aus den Ruinen steigt verdächtiger Rauch auf. Im nächsten Part von Highland Quest. Bis dahin. Tschö, tschö.